Herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute machen wir Fortnite OG, der Unterschied. Bauen und nicht bauen. Ist es Fortnite wirklich wie das richtige Fortnite OG in Bauen? Oder sind da nur Schwitzer und Fortnite ohne Bauen ist das, was wir eigentlich spielen wollen? Wir werden das hier in diesem Video testen, dass ihr nicht die gleichen Erfahrungen machen müsst wie ich. Wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und gerne Creator Code Legend94 im Itemshop eintragen und jetzt gehen wir rein. Ich würde sagen, wir gehen Salty Springs. Nicht direkt nach Tilted, das ist vielleicht zu anstrengend, aber Salty. Mal reinschauen. Oh gut, beim Loot wurde ich ein bisschen hops genommen. Ich habe eine Pistole und eine MP5. Ja, ich auch. In der Luft hier fliegt irgendwo einer. Der in der Luft, hast du... Der in der Luft Crack? Ja, ich komm. Pass auf. Das sind zwei. Das sind Sweats. Oh ja. Das sind Sweats. Ich versuche eine Roll zu bekommen. Unten kommt einer raus. Der unten ist ein bisschen... Der unten ist Crack. Ha! Na dicker. Ich seh überall Steps. Das war verrückt. Maybe Skill Issue. Maybe war ich da ein bisschen lost. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Was hast du passiert? Er treppt mich mit einer Falle und wirft mir Stinkdinger rein. Oh, schlau. Das ist Quatsch. Das ist gut. So, wir haben erste Runde mit Baum gespielt. Fazit, was würdest du in Fazit geben? Komm, du bist ein kleiner Sweat. Oh, Schwitzer. Also Mittel. Mittel? Oder sagst du so, ja, mit Baum brauchst du nicht spielen? Also, für Leute, die nicht so bauen können, ist, ich glaube, nicht bauen, äh, also besser geeignet, statt bauen, weil bauen, da sind die Leute drin, die sehr, sehr gut bauen können eigentlich, da kriegst du auch mal ein Ende Parkour oder so ab. Ja, fühle ich. Also, das habe ich, das habe ich gestern schon gemerkt, so die ersten drei, vier, fünf Runden könnt ihr mitbauen und spielen und habt Spaß und ab dann kickt das Matchmaking und ab dann kriegt ihr richtig krasse Gegner. So, in den ersten drei, vier, fünf Runden habt ihr echt geile Gegner so, aber danach wurde es echt schwer. Hier mal ein kleines Danke an die Community. In letzter Zeit haben meine Videos viel mehr Aufrufe wie sonst. Wirklich, vielen, vielen Dank für den Baba-Support. Weiß ich absolut zu schätzen. Ist absolut nichts Normales. Ähm, wirklich, mega, mega. Gestern wieder eins von zehn Video hochgeladen. Wow, Chat, ehrlich, ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank, dass es euch gibt und vielen Dank, dass ihr jeden Tag meine Videos anschaut und freut mich, dass ich euch jeden Tag unterhalten kann. Ah, da oben, da oben. Mein Aim kickt. Ich treffe keinen Schuss. Ich auch nicht, soll ich gehen? Komm zu mir, wir wirfteln da hin. Ach, du liebe Zeit. Wir werden uns so in der Luft wegmachen. Deswegen war ich zwar war ein bisschen aus, so ein bisschen rechts, links, rechts, links, Gleiter ziehen lassen. Und nicht so tief drauf. Das klingt, als würdest du kochen. Der eine cracked. Ich war neben ihn rein. Wer hinter ihn? By the week. Einer dead. Dead. Ah, ich hab ja alles gemacht, kein Problem dann. Komm peek. Ah, natürlich hätte der. Hä, war das kein Hit? Nimm mal den Rift gleich. Warte. Was, ich hätte... Oha, 2,5 Stellen Headshot! Also beide dead? Ne, hä? Ne, beide weak, die haben ja full life. Ne, der eine ist ja dead. Du musst die ein bisschen beschießen, dass die sich nicht hielen können. Warte, nicht, 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 ich hab noch sieben Sekunden. Ah, dann ist... Ich hab halt gern hier. Ja, zwei sogar, wenn ich damit... Komm. Komm rein. Mach an. Wo waren das hier? Boah, ich bin verwirrt. Wo sind wir? Kommst du mir? Hier hinter muss der irgendwo sein. Ne, die sind hinten runter. Echt? Ja, okay. Hm, die hatten Angst. Ja, darum... Da ist ein Busch. Wo? 24. 24. Also, lass die pieken, lass die pieken. Ich geb ihm den Headdy, wenn er piekt. Rechte Seite piekt der gleich, ich seh schon dieses Helle von ihm. Ah, pass auf, einer von dir hat Sniper, steh nicht. Da ist noch, da ist noch ein Busch. Jetzt haben die zwei, einer kehrt unten. Die haben keine Büsche mehr, die sind beide links. Alter, ich hab's drin. Jetzt sind so tot. Friedot! Hinter uns kommt. Ich, ich komm mich um die, du kommst dich und rest. Heiß. Heiß. Do that. Danke für Loot, Jungs. Kuss, kuss, kuss. Neh mich. Oh, Spaß! Guck, sag ich doch, die ist drin. Geil. Hab ich doch gesagt, die ist drin. Ich weiß noch nicht, wo man die herbekommt, leider. Hier hinten sind Schüsse. Ich gehör mich um die. Wo? Ich seh nix. Entweder hier waren die, oder hier, aber ich denk die waren da bei meinem Gefahrenmarker. Da brennt's. Digga, mein Kopf ist im Bildschirm einfach. Ich seh so schlecht. Ah. Wohin? Ich würd sagen, wir sortieren aber ein bisschen nach hier. Hätt zu mir. Komm. 50. Ja, rift mal rein. Und mal auf den Lachs. Ich hab keinen Rift mehr. So, die werden aber von links attackiert, ne? Ich weiß. Und ich lauf rein. Na, ich grubbel rein. Darum hab ich den. Ja, perfekt, Digga. Wart zu grubbeln, ist dumm. Da kann ich dir so n Ding geben, wenn du oben bist. Selbst bei mir. Hey! Ich geb nur 230. Mir gibt keiner n Ding. Er kommt hoch, ich geb dem 100er. Sind halt richtige Sweats heutzutage geworden. Die waren damals vielleicht nicht so geil, aber heutzutage sind die halt richtige Sweats. Darum, wenn ihr wirklich Spaß haben wollt, spielt drei Runden bauen, drei Runden nicht bauen mit euren Jungs. Und das macht euch auf jeden Fall Spaß. Aber alles weitere braucht ihr starke Nerven. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß. Und danke, dass ihr das Video bisher angeschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.